Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie zum Fernsehgespräch der Neuen Zürcher Zeitung, NZZ-Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast, wie immer mit meinem Kollegen Marco Färber. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Stadt mit Ihrem Auto unterwegs und plötzlich kommt Ihnen ein Auto entgegen, in dem Sie vergeblich nach dem Fahrer oder der Fahrerin suchen. Es gibt sie auch nicht. Science Fiction, sagen Sie jetzt vermutlich Hollywood. In der Tat, heute und morgen wird Ihnen das nicht passieren, aber in nicht allzu ferner Zukunft könnte das Wirklichkeit werden. Unser heutiger Gast ist einer, der als führender Wissenschaftler tatkräftig an dieser Zukunft arbeitet. Es ist der Robotiker Prof. Roland Siegwardt, Leiter des Laboratoriums für autonome Systeme an der ETH Zürich. Herr Prof. Siegwardt, seien Sie herzlich willkommen bei NZZ-Standpunkte. Ich freue mich sehr. Herr Prof. Siegwardt, wann wird mir im Strassenverkehr das erste fahrerlose Auto entgegenkommen? Meine Demonstration hat es schon gegeben. Das kennen wir aus Films, die gezeigt wurden. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Bereichen. Bereiche, wo die relativ strukturiert sind, zum Beispiel Autobahnen oder Parkhäuser. Und ich glaube, da ist in absehbarer Zeit die Möglichkeit da, dass man autonom, vollautonom fahren kann. Was heisst absehbar? Das wird vielleicht in zehn Jahren. Das sind dann versicherungstechnische Fragen, auch wie weit man das wirklich zuverlässig nachweisen kann. Aber ich glaube, die Technologie ist vorhanden. Es geht noch um das wirklich sehr gut umzusetzen. Dann gibt es aber die anderen Bereiche, wo es viel komplexer wird. Ich sage immer das Beispiel Zentral Zürich, wo der Mensch eben auch interagiert mit anderen Verkehrsteilnehmern. Es gibt eigentlich einen Austausch zwischen Fussgänger und dem Autofahrer oder Fussgänger, Autofahrer und Tram. Und das ist sehr schwierig, weil Robotsysteme können heute noch nicht verstehen, was die Intention ist von Leuten und wie sie sich vielleicht am nächsten Moment verhalten werden. Aber halten Sie es für möglich, dass irgendwann ein Auto auch über den Zentralplatz in Zürich fahren wird? Ich glaube schon. Das könnten die eigentlich heute schon. Nur was heute passieren würde, dass die Fahrzeuge von Google oder von Automobilherstellen, würden dabei eigentlich vor allem stillstehen, weil sie einen gewissen Sicherheitsabstand haben müssen. Sie können nicht durchdrängeln und somit würden sie eigentlich das Zentral blockieren. Sicherheitstechnisch wäre es möglich, aber eben vom Verkehrsfluss ist das heute nicht möglich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in vielleicht 20, 30 Jahren möglich ist. Aber da gibt es natürlich auch die Frage, wie soll das, macht das Sinn überhaupt und wie ist dann die Mobilität der Zukunft? Und was heisst ein fahrerloses Auto? Heisst das wirklich überhaupt kein Fahrer oder ist der Fahrer sozusagen im Stand-by-Modus und muss eingreifen? Wie sind da die wahrscheinlichen Szenarien? Ich glaube, das kommt stufenweise. Ich glaube, die erste Stufe haben wir heute schon, dass Systeme Assistenzsysteme sind. Die können Spur halten auf der Autobahn und das wird immer besser werden. Die können auch selbst überholen. Und da ist der Mensch aber immer noch im Loop drin. Der muss übernehmen können, wenn es nötig ist. Jetzt die vollautonomen Fahrzeuge sind dann das andere Extrem, wo man wirklich eigentlich schlafen könnte. Oder wo das Auto sogar selbst vom Bahnhof nach Hause fährt und vielleicht meine Tochter abholt. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Szenarien. Sobald, solange man nicht praktisch aus dem Loop ist und sagen kann, man kann schlafen, hilft das in vielen Fällen gar nicht so viel. Man muss ja trotzdem aktiv sein. Jetzt haben Sie vorhin mal das Wort «macht das Sinn» erwähnt. Man kann ja die Frage stellen, gibt es nicht Wichtiges, als ein selbstfahrendes, autonomes Auto zu entwickeln? Ich meine, da gibt es sicher verschiedene Szenarien. Es ist auch abhängig von der Kultur und wie man mit Autos umgeht. Ich persönlich sehe für die Schweiz eher neue Mobilitätskonzepte für die Zukunft, wo eben der öffentliche Verkehr mit dem Individualverkehr fliessenden, einen sehr guten Übergang hat. Szenario, wenn ich jetzt von einem Platz, wenn ich da einmal auf dem Land wohne, nach Zürich fahren möchte, ist es sinnvollerweise vielleicht mit dem Zug, aber ich muss bis zum Bahnhof kommen. Da kann das Fahrzeug mich dann, oder ich kann mit dem Fahrzeug zum Bahnhof fahren. Vielleicht möchte meine Frau das Fahrzeug einen Tag brauchen, also könnte das Fahrzeug selbst zurückfahren. Ich glaube, da hat es Potenzial, dass man weniger Fahrzeuge hat und optimaler abgestimmt hat den ganzen Verkehr, wie man von A nach B kommt. Und ich persönlich bin sehr überzeugt, dass man da noch vieles erwarten kann und die Schweiz da auch eine liedere Position übernehmen kann, weil wir ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz haben und auch schon Modelle haben wie Mobility, die dann fliessend die Möglichkeit für Individualverkehr ermöglichen. Aber das verstopft dann die Strassen umso mehr, weil dann das Auto wieder zurücksaust nach Hause und dann mit ihrer Frau eine andere Fahrt macht, während sonst stünde es am Bahnhof und wäre den ganzen Tag quasi immobilisiert. Ja, man kann natürlich sagen, vielleicht werden einige Leute dafür nicht mehr mit dem Auto bis zum Endpunkt fahren, sondern öffentlichen Verkehr nehmen. Das wird sicher entlassen, glaube ich. Auf der anderen Seite ist auch die Anzahl Fahrzeuge, die blockiert auch die ganze Parkplatzsuche zum Beispiel. Und ich glaube, auch da gibt es neue Konzepte. Es gibt Untersuchungen, dass im Stossverkehr bis zu 30, 40 Prozent der Verkehrsaufkommen Parkplatzsuche ist. Wenn man da Leitsysteme hat oder sogar Fahrzeuge, die eben vor dem Bahnhof mich ausladen und dann selbst einen Parkplatz suchen, kann man vielleicht einiges optimieren und auch eben auch den Verkehr reduzieren. Wo sind Sie in diesem ganzen Bereich der autonomen Fahrzeuge, der autonomen selbstfahrenden Autos? Wo ist Ihr Institut quasi tätig in diesem Riesenfeld? Wir machen generell eigentlich autonomes Navigieren. Das ist nicht nur mit Fahrzeugen, aber auch mit Fluggeräten, mit Drohnen, mit Solarflugzeugen. Und das basierend auf verschiedenen Sensoren. Heute arbeiten wir vor allem an Kamerasystemen, die automatisch lokalisieren ermöglichen. Das heisst, dass das System immer weiss, wo es ist und wie es in Relation zur Umgebung steht. Da arbeiten wir zum Beispiel mit der VE zusammen an Konzepten, die eben in die Richtung gehen, dass das Fahrzeug sich automatisch parkiert. Stellen Sie sich vor in Zukunft, Sie fahren zum Flughafen und müssen nicht mehr zuerst ins Parkhaus und dann zum Gate laufen, sondern Sie halten da, wo das Taxi Sie normalerweise auslädt und das Fahrzeug geht selbst ins Parkhaus. Und wenn es ein E-Fahrzeug ist, wird es noch selbst die Ladestation suchen, sich aufladen und wieder bereit sein, wenn Sie zurückkommen. Nochmals, das sehen Sie etwa in welchem zeitlichen Rahmen? Also diese Geschichte mit dem Flughafen. Finde ich ja schön. Ich glaube, das ist möglich, relativ kurzfristig, in fünf bis zehn Jahren, ist natürlich die Frage, funktionieren die Konzepte. Es braucht natürlich gewisse Anpassungen. Es braucht auch zum Beispiel die E-Fahrzeuge, die dann auch mehr Gewicht haben. Dann ist es umsetzbar und ich glaube, das ist auch in den Plänen von Autorindustrie drin, dass solche Konzepte helfen können. Das kann auch auf grossen Arealen von Firmen sein, dass die Fahrzeuge sich eben selbst da parkieren und sich selbst wieder zurückbewegen. Ich glaube, jeder, der zum ersten Mal in so einem autonom gesteuerten Auto sitzt und das Steuerrad aus der Hand geben muss oder soll, wird ein wenig zögern. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Intuitiv denken wir natürlich, das wird alles viel unsicherer. Ich glaube, was wir heute schon haben, diese Assistenzsysteme, die helfen in der Sicherheit, glaube ich. Und das Aufgeben hat sich interessanterweise gezeigt, dass die Leute eigentlich sehr technisch glaubig sind. Wenn die mal drinsitzen und die ersten Ängste überstanden haben, glauben sie, dass das Fahrzeug vollautonom fahren kann und werden wahrscheinlich sogar fast zu spät intervenieren, weil sie dem System vertrauen. Das heisst also, dass diese Systeme tatsächlich sicherer sind als der menschliche Fahrer? Ja, in gewissen Situationen. Meine Fahrzeuge können heute schon zuverlässiger bremsen und Auffahrtskollisionen vermeiden. Das Systeme gibt es schon und die sind wesentlich zuverlässiger, weil die Entscheidung schneller ist und eigentlich auch das Fahrzeug selbst ein besseres Modell hat von sich selbst. Das weiss genau, kann ich noch bremsen oder muss ich ausweichen? Das können wir als Mensch weniger gut beurteilen. Und da in diesen Bereichen wird es sicherer, auch dass man zum Beispiel nicht überholt, wenn im blinden Winkel ein anderes Fahrzeug ist. Ich glaube, da können Fahrzeuge, und das passiert schon und das wird vermehrt passieren, die Sicherheit wesentlich erhöhen im Strassenverkehr. Das ist aber noch nicht autonomes Fahren, sondern das ist eigentlich ein Sicherheitssystem, das einfach die Sicherheit gewährleistet. Wenn wir jetzt mal voraussetzen, es gibt dann dieses autonome Fahren. Da gibt es noch viele technische Fragen zu lösen, aber es gibt ja interessanterweise, und da denkt man nicht sofort dran, es gibt ja auch ethisch-moralische Fragen, die sich stellen werden. Also Sie kennen ja dieses Beispiel, das berühmte Beispiel, so ein autonomes Auto fährt auf einer Strasse, ein Kind springt auf die Strasse, die einzige Möglichkeit auszuweichen ist, der Gehsteig dort steht, aber da wird Grossmutter. Das Kind ist hier davongelaufen. Was macht, wie entscheidet das Auto? Das ist eine Frage, die der Computer dann letztlich entscheiden muss. Genau, das ist natürlich am Schluss die Frage, wie programmiert man das System und kann man zuverlässig zum Beispiel eben unterscheiden, was ist die Wichtigkeit oder was immer von den Entscheidungen. Was ich glaube, ist, dass eigentlich Roboter-Systeme oder Computer die Entscheidung besser treffen können und losgelöste von irgendwelchen Stresssituationen. Ein Mensch wird in so Situationen eben auch typischerweise falsch entscheiden. Es gibt ja das interessante Beispiel, dass Leute normalerweise genau in das reinfahren, was sie eben ausweichen möchten. Wenn eine Allee ist mit Bäumen und das Fahrzeug von der Strasse abkommt, fährt das Auto normalerweise in den Bauern rein. Weil der Mensch in diesen Situationen nicht mehr fähig ist, vernünftig und losgelöst von irgendwelchen Emotionen zu entscheiden. Und ich glaube eigentlich, dass genau in diesen Situationen autonome Fahrzeuge besser entscheiden und sinnvoller entscheiden. Aber beispielsweise in dem Beispiel, das ich gesagt habe, gibt es ja keinen richtigen Entscheid. Entweder ist es das Kind oder es ist die Grossmutter. Ja, aber die Entscheidung ist mindestens so, dass man auch das Fahrzeug selbst voraussagen kann, etwa wie gross ist der Impact, wie schnell bin ich in einem Moment, wo der Zusammenstoss stattfindet und somit vielleicht mindestens den Schaden minimieren kann. Unabhängig von welcher Entscheidung getroffen wird, dass man sagt, da ist die Überlebenschance, dass die Person, die dann in die Kollision verwickelt ist, vielleicht trotzdem wesentlich höher ist. Aber es ändert nichts daran, am Schluss muss ein Programmierer, ein Wissenschaftler, eine Autofirma, schon ein wenig Gott spielen. Weil sie genau diese Güterabwägungen, die wir unwillkürlich und mit vielen Fehlern behaftet dann treffen, die müssen hineinprogrammiert werden a priori. Und das heisst dann, man spielt Schicksal. Ja, eigentlich natürlich schon. Nur muss man sich bewusst sein, dass das ja nicht ein Entscheid ist, dass eine Person in einer Autofirma macht, sondern das ist ein Entscheid, wo das wird irgendwo geregelt, wie man das festlegt. Und somit ist es eigentlich viel breiter abgestützt, dieser Entscheid. Das sind Diskussionen, die man in Gesellschaft führen muss. Wie macht man das? Und dann die Autofirma entsprechend das implementiert. Und somit ist es eigentlich ein Entscheid, der weniger individuell ist, aber eigentlich für die Gesellschaft viel sinnvoller und viel besser getragen. Eigentlich eher ein demokratischer Entscheid, wie so Fahrzeuge entscheiden müssen. Kann man das diskutieren? Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir über Gentechnik diskutieren. Was soll dort erlaubt sein? Was soll dort nicht erlaubt sein? Aber wie soll man vernünftig dann darüber diskutieren, welche Auswahl der Computer in so einem Kollisionsfall zu treffen hat? Das sind doch so abstrakte Themen. Das entzieht sich. Entzieht sich das nicht ein wenig dann der gesellschaftlichen Debatte? Ich glaube, verglichen mit Gentechnik ist das sicher eine einfache Diskussion, weil es ist absehbar, was eigentlich passiert und was für Entscheidungen getroffen werden, weil wir das täglich auch machen müssen. Bei Gentechnik ist natürlich sehr offene Fragen. Weiss niemand genau, wo das hingehen kann und somit wird es natürlich viel schwieriger in der Gesellschaft zu diskutieren. Das sind Entscheidungen, die jeder kennt und ich glaube, das sehe ich eigentlich schon, dass die Gesellschaft da das diskutieren kann und die entsprechenden Gremien, es wird nicht die ganze Gesellschaft sein, die dann sinnvoll Entscheidungen und Regeln aufstellt. Aber es sind heikle gesellschaftliche Fragen, weil letztlich geht es auch um Aufrechnen vom Menschenleben in bestimmten Situationen. Ja, es sind heikle Fragen, aber ich bin eigentlich der Meinung, man muss ja auch ab und zu ein wenig zurückstehen. Wenn das Ganze wirklich die Sicherheit im Strassenverkehr erhöht, muss man auch davon ausgehen, es gibt vielleicht Situationen, wo die Fahrzeuge dann einen schlechteren Entscheid treffen als Menschen würden. Aber wenn man nachweisen kann, und das kann man sicher zeigen, dass es in 80, 90 oder 95 Prozent der Fälle wesentlich bessere Entscheidungen trifft, wo weniger Menschen zum Schaden kommen, ist das sicher ein sinnvoller Entscheid und ein sinnvoller Weg. Das ist das Gleiche mit Airbags, die natürlich auch in gewissen Situationen sogar zum Tod führen können von Kleinkindern, aber die schon Hunderttausende von Menschenleben gerettet haben. Und ich glaube schon, dass die Gesellschaft da vernünftig und abgewogen entscheiden kann. Also wir sehen es ja auch beim Fly-by-Wire, also dem modernen, computergeschützten Fliegen, das viel sicherer ist als zu den Zeiten der alten Flugkapitäne, die alles selber machten. Und dennoch, wenn dann mal eine Flugzeugkatastrophe sich ereignet, die auf einen Fehler des Fly-by-Wire-Systems zurückzuführen ist, haben wir eine sehr, sehr große Diskussion. Jedes Mal. Das sind jetzt nun sind Flugzeugunfälle etwas vergleichbar seltenes. Im Strassenverkehr mit den ungleichen viel mehr Teilnehmern ist es natürlich dann wahrscheinlich häufiger, dass es zu solchen Fällen kommt. Und entsprechend häufig werden wir solche Diskussionen haben. Ja, aber ich glaube, das geht auch zurück, diese Diskussion, weil man ja wirklich auch das Verständnis dann irgendwann mal hat, dass die Gesamtsicherheit extrem höher ist. Meine Diskussion mit dem Ayrberg war ja am Anfang auch relativ intensiv. Es hat sogar begonnen mit Sicherheitsgurten, wo sich dann gewisse Kantone in der Schweiz sogar gesträubt haben, das durchzusetzen. Und heute, glaube ich, wenn ich speziell die Jugend anschaue, die sind sich gewohnt daran, die wissen, dass es in meisten Fällen Leben rettet und entsprechend die Diskussion, glaube ich, nicht mehr so intensiv ist. Würden Sie ein selbstfahrendes Auto als intelligent bezeichnen? Ich meine, die heutigen Fahrzeuge, die jetzt selbst fahren, zum Beispiel Google-Fahrzeuge, braucht die Autoindustrie, würde ich nicht wirklich intelligent bezeichnen. Aber das ist natürlich die Frage, was ist überhaupt Intelligenz? Ich glaube, Intelligenz ist, ich glaube, zuerst mal, dass man auf verschiedene Informationen, die typischerweise unsicher sind und nur teilweise vorhanden sind, richtige und gute Entscheidungen trifft. Aber es geht noch weiter, dass man eben Informationen extrahieren kann und praktisch kreativ neue Szenarien sich vorstellen kann. Und ich glaube, der zweite Punkt, das können Roboter und Computersysteme heute noch nicht… Also Kreativität. …können eben nicht kreativ sein. Und für mich ist Intelligenz nicht nur, Entscheidungen sinnvoll zu treffen, sondern auch kreativ zu werden, dass man eigentlich neue Informationen generiert und neue Szenarien und Ideen generiert. Die Fahrzeuge müssen aber vielleicht nicht zwingend intelligent sein, weil sie eigentlich relativ konkrete Situationen wiederholend ablaufen müssen können. Was Roboter-Systeme können im Vergleich zu Menschen, ich meine, wenn wir autonome Fahrzeuge haben, die können ihre Informationen abgleichen. Das heisst, die können viel schneller neue Informationen abgleichen und lernen aus Informationen, aus Situationen. Und somit haben sie auch gewisse Sachen, wo sie überlegen sind, ohne wirklich intelligent zu sein, aber auf viel mehr Daten zurückzugreifen und somit bessere Entscheidungen zu treffen. Was ist, wenn wir jetzt gerade mal bei den Definitionen sind, was ist dann ein Roboter? Ich glaube, wir alle haben so eine Vorstellung vom Roboter, ein humanoides Wesen, Star Wars oder was auch immer. Was ist ein Roboter heute? Da gibt es wahrscheinlich so viele Definitionen wie Forschende im Bereich Robotik. Ich selbst sehe ein Roboter-System als System, das mit Sensoren, typisch Lasersensoren, Kameras, Informationen von der Umgebung aufnimmt, die reduzieren und extrahieren und analysieren kann und dann, basierend auf einer Aufgabe, die normalerweise vom Menschen gegeben ist, richtige Entscheidungen treffen kann, um die nächste Bewegung auszuführen. Das heisst, es ist ein geschlossener Kreis, wo man Informationen aufnimmt, Entscheidungen trifft und wieder auf die Umgebung einwirkt. Und wenn dieser geschlossene Kreis eben dann intelligente Entscheidungen drin hat, die mindestens einen gewissen Rahmen zum nächsten Zielfrieden führen, würde ich von Roboter-Systemen sprechen. Und was kann der Roboter heute besser als der Mensch? Er kann schneller entscheiden, gewisse Informationen hat er präziser. Zum Beispiel kann der Roboter viel genauer wissen, wo er sich befindet in der Umgebung. Er kann praktisch im Millimeterbereich sich positionieren. Wir wissen nur etwa, wir sind in einer gewissen Distanz von der Wand. Und entsprechend auch schneller entscheiden, muss ich jetzt eine Vollbremsung machen, dass ich nicht kollidiere. Was der Roboter viel weniger gut kann, ist die Situation analysieren. Ich meine, dass er wirklich sogar schon merkt, ist das ein Kind oder eine ältere Frau, das ist sehr schwierig. Da gibt es erste Beispiele, wo das einigermassen geht. Wir sind unheimlich gut bei so Sachen. Und das sind Elemente, wo man auch noch nicht ganz so weiss, wie macht man das, wie macht man das kompakt, dass man das schnell rechnen kann und effizient rechnen kann mit vernünftiger Rechenleistung. Es ist ja diese Robotik, es ist eine Riesenentwicklung im Gange, auch die Roboters. Was würden Sie trotzdem eine Prognose wagen und sagen, dies wird ein Roboter, dieses oder jenes wird ein Roboter nie können? Nie ist immer sehr schwierig zu sagen. Ich versuche immer, in meinem Zeithorizont und vielleicht im Zeithorizont von meinen Kindern zu sprechen. Ich glaube, in meinem Zeithorizont, wenn ich jetzt vielleicht positiv bin, 30 Jahre plus noch, da glaube ich, dass Roboter-Systeme nicht mein Haus zum Beispiel, meinen Tisch abräumen können, die Geschirrspüler vollautonom beliefen können und dann wieder ausräumen können. Das ist eine sehr komplexe Aufgabe. Aber die können natürlich vieles helfen. Die können vielleicht einmal meine Scheiben putzen zu Hause, die Fenster reinigen. Die können heute schon irgendwo den Rasen mähen, aber zum Beispiel die Bäume dann zurechtstutzen, dass sie wirklich wieder gut wachsen und sich entwickeln nächstes Jahr. Das ist auch sehr schwierig. Also überall dort, wo wirklich komplexe Sachverhalte analysiert werden müssen, dort tut sich der Roboter noch schwer. Nun gibt es ja schon Roboter, die sehr Beeindruckendes können. Also wenn wir jetzt mal an die Industrie denken, wo ja heute schon Roboter im Einsatz stehen, da waren früher die Roboter in den Käfigen. Sie mussten vom Menschen oder der Mensch musste vor den Robotern geschützt werden, weil der Kollege Roboter keine Rücksicht nahm auf seine Kollegen aus Fleisch und Blut. Heute können die Roboter raus aus diesen Käfigen. Sie können mit Menschen zusammen interagieren. Das ist doch schon ein gewaltiger Fortschritt, oder? Ja, das ist eine Entwicklung, die aber auch jetzt erst beginnt. Im Moment sind fast alle Roboter in der Industrie immer noch in Käfigen oder in Bereichen, die abgeschlossen sind. Die zukünftigen Roboter können besser wahrnehmen, dass Menschen da sind. Es sind auch von der ganzen Bewegung so, dass sie nachgiebiger sind, dass sie eben nicht gefährlich sind für Menschen. Und das ergibt neue Möglichkeiten. Was aber immer noch fehlt, auch da, dass diese Systeme kein klares Verständnis haben von der Situation. Ein einfaches Beispiel, wenn ich eine Aufgabe für eine Montage, kann ich einem Menschen einfach sagen, nimm dieses Teil und setz das so zusammen. Und unabhängig, ob das Teil genau da oder da oder da kommt und das andere Objekt da ist, wird der Mensch das relativ einmal vormachen kann. Das können Roboter-Systeme heute nicht so wirklich. Weil eben diese Roboter nicht ganz so einfach generalisieren können. Sie können zwar beobachten, wie das Mensch macht, aber sie können dann nicht generalisieren und sagen, ja, das Teil kann ja auf verschiedene Orten kommen. Das sind noch sehr grosse Herausforderungen für die Wissenschaft und da sind sehr viele Forschende, die daran arbeiten, dass Roboter-Systeme mit uns zusammenarbeiten können und so einfach zu bedienen sind und die Arbeitsteilung so einfach ist wie im Menschen. Beim Menschen braucht es normalerweise sehr wenig Worte. Ein anderes Beispiel, wenn ich in einem neuen Umfeld bin und ein Bier möchte, sage ich einem Menschen einfach, bring mir ein Bier und der wird irgendwo das Bier organisieren, weil er weiss, das könnte im Kaffee nebenan sein oder was immer. Das sind Sachen, die Roboter zuerst mal lernen müssen und die sehr komplex sind eigentlich, weil sehr viele Kombinationen von Gedankengängen da involviert sind. Schön zu hören, dass wir nicht gleich wegrationalisiert werden, sondern auch noch das Bier auch in Zukunft selber holen gehen können. Wir haben unsere Sendung überschrieben mit «Schöne neue Roboterwelt». Da haben wir ein Fragezeichen dahinter gemacht. Wenn wir etwas diese Welt anschauen, wo sehen Sie, ich meine, es wird zunehmen, die Robotisierung, wo sehen Sie die Haupteinsatzfelder von Robotern in Zukunft? Ist es die Industrie, ist es die Dienstleistung? Ich glaube, in den nächsten Jahren wird es vor allem im Industrie-Service-Bereich stark sein. Und zwar da, wo eben der Mensch vielleicht nicht sein sollte, wo es auch gefährliche Umgebungen sind, wo sich dann auch diese komplexen Systeme, die in den nächsten Jahren nicht beliebig günstiger sein werden, sich auch lohnen. Das sind zum Beispiel Inspektionen von grossen Energieanlagen, die revidiert werden müssen. Wenn da Roboter ermöglichen, dass man nicht die ganze Maschine auseinanderbauen muss, kann man sehr viel Zeit sparen und sehr viel Geld sparen. Ein anderer Punkt, der mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ist die ganze Landwirtschaft und die Erzeugung von Lebensmitteln. Da verlieren wir heute noch sehr viel auf dem Feld, weil einfach die Felder nicht ganz optimal unterhalten werden. Wir geben sehr viel Pestizide aus, das nicht nötig wäre, wenn man das präziser machen würde. Und das können Roboter machen. Die können Felder überwachen, kontinuierlich, mit Überflügen oder vielleicht auch durchs Feld gehen. Und ich hoffe, dass wir da wirklich Fortschritte machen, weil wir auch diese wachsende Bevölkerung, Erbbevölkerung wirklich ernähren müssen. Und da, glaube ich, können Roboter-Systeme sehr viel bewirken. Ein anderes Beispiel ist vielleicht auch Minen. Ich meine, heute, wenn Menschen in Minen runterzuschicken, um da irgendwelche Erze oder Gold abzubauen, das ist eigentlich sehr unmenschlich. Obwohl es natürlich lokal gewisse Arbeitsplätze generiert, aber das ist nicht, wo Menschen sein sollten. Und wenn Roboter-Systeme da helfen können, dass die Menschen nicht mehr da sich bewegen müssen, ist das, glaube ich, ein sehr grosser Gewinn für die Gesellschaft. Sie sprechen jetzt sehr stark von der Industrie. Wie sieht es denn mit Dienstleistungen aus? Es gibt ja auch Szenarien, die sagen, dass Roboter eines Tages in der Versorgung von pflegebedürftigen Menschen eine Rolle spielen werden, dass sie im Haushalt eine Rolle spielen. Und sagen Sie, die Waschmaschine, die Geschirrspülmaschine wird der Roboter so schnell nicht beladen. Aber wie sieht es im Dienstleistungsbereich aus? Ich bin überzeugt, dass da Roboter-Technologie einen sehr starken Einfluss haben wird. Ich selbst wünsche mir im höheren Alter, dass ich noch möglichst lang autonom leben kann. Und das kann eben durch solche Technologien helfen. Dass eben zum Beispiel zu Hause auch das Ganze, meine Wohnung, eine gewisse Überwachung da ist, dass ich die Platte nicht laufen lasse, wenn ich weggehe. Dass vielleicht eben das Auto mir hilft, sicher zu fahren, auch wenn ich nicht mehr so gut sehe oder nicht mehr so gut reaktionsfähig bin. Und ich glaube, auch im Pflegebereich werden Roboter oder ähnliche Systeme mehr Aufgaben übernehmen, die repetitiv sind und nicht zwingend wichtig sind, dass das ein Mensch übernimmt. Und der Mensch vielleicht mehr Zeit hat, wirklich das zu tun, was wichtig ist. Also im Alltag werden wir eines Tages, wann auch immer das sein wird, nach Ihrer Überzeugung schon mit Robotern regelmässig zu tun haben. Ja, ich meine, ich glaube, wir haben das heute schon. Es ist immer die Frage, was ist die Definition von Robotern? Aber Systeme werden immer intelligenter. Ein Backofen wird inzwischen, seit Mist hat zum Teil auch Sachen, und wird entsprechend den ganzen Ablauf ein wenig beeinflussen. Auch Waschmaschinen und Geschirrspüler werden in gewissem Rahmen intelligenter. Und das hilft uns im täglichen Leben. Jetzt reden wir davon, dieses und jenes wird der Roboter übernehmen können. Damit verbunden ist natürlich weltweit die Angst vor dem Verlust von Arbeitsplätzen. Je raffinierter, je mehr Technologie, desto mehr Arbeitsplätze gehen verloren. Was sagt der Robotiker dazu? Das ist ja keine schöne Perspektive. Ja, es ist eigentlich interessant. In Europa wird das enorm stark diskutiert. Im Gegensatz, in den USA wird, glaube ich, diskutiert, was sind das für Chancen, die Robotiktechnologie, was gibt es für neue Arbeitsplätze, die generiert werden, weil eben diese Technologien wichtig werden. Und ich glaube, alle neuen Technologien typischerweise erzeugen einen Wandel. Beim Wandel werden natürlich auch die Arbeitsplätze, wo die Leute arbeiten, anders werden. Und es gibt sicher in der Übereinsphase auch Verlierer auf diesem Ende. Ich glaube aber, insgesamt ist speziell für ein Land wie die Schweiz die Robotiktechnologie extrem etwa eine grosse Chance. Das wird neue Arbeitsplätze generieren, weil diese Systeme gebaut werden müssen, die müssen unterhalten werden. Und das sollten wir hoffentlich viel mehr als Chance sehen. Und Sie glauben, dass es in dem Masse, in dem Arbeitsplätze verloren gehen, mindestens in dem Masse auch neue generiert werden? Ich glaube, auf jeden Fall, ja. Das kann ich natürlich nicht im gleichen Rahmen sagen, vielleicht für gewisse Schwellenländer oder Entwicklungsländer, wo die Arbeitskraft natürlich ganz anders noch sich umsetzt. Aber auf der anderen Seite ist ja auch die Zielvorstellung, dass auch diese Länder auf den Wohlstand kommen und auf den Ablauf wie die westlichen Länder zum Beispiel. Und da wird der Übergang vielleicht noch ein wenig schwieriger sein, weil die Minenarbeiter werden dann vielleicht mal keine Arbeit mehr haben in der Mine, was zum einen sicher sehr sinnvoll ist, weil es sehr gefährlich ist und sehr unmenschlich da, die Leute zu arbeiten. Aber in der Übereinsphase ist dann die Frage, was machen die Leute? Und das muss man sicher im Auge behalten. Aber insgesamt, glaube ich, ist die Neurtechnologie sehr viele Chancen und die Chancen überwiegen enorm stark. Aber das kann die Weltwirtschaft noch einmal sehr stark durcheinander rütteln, mindestens in einer Übergangszeit. Es ist ja der typische Fall, ist so, ein Arbeitsschritt wird zu teuer in der Schweiz. Wir verlagern ihn irgendwo hin ins Ausland, nach China. Dort sind Näherinnen sehr viel einfacher. Darum wird keine Kleidung mehr in der Schweiz hergestellt, sondern nur noch im Ausland. Wenn wir jetzt Industrieroboter haben, die diese Tätigkeiten sehr viel besser und auch noch günstiger ausführen, dann bricht das Geschäftsmodell dieser Schwellenländer in sich zusammen. Ja, das ist sicher der Fall. Aber was spezifisch an der Robotertechnologie ist, ist, dass es nicht wirklich disruptiv ist. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Und zwar darum, weil das sehr komplexe Systeme sind. Es wird nicht so sein, dass von einem Tag zum anderen plötzlich das Nähen möglich ist mit Roboter-Systemen. Die werden vielleicht gewisse, einfache Aufgaben mal automatisiert übernehmen können, aber das geht sehr langsam. Und darum hat, glaube ich, die Gesellschaft auch die Zeit, sich anzupassen. Da gab es ganz andere Technologien, die vielleicht viel disruptiver waren, weil plötzlich Fahrzeuge Pferde ersetzen. Das geht dann relativ schnell. Aber Roboter-Technologie ist enorm komplex. Und darum wird es nie wirklich sehr disruptiv werden, sondern es wird sehr stufenweise gehen, wo der Mensch dann mit Systemen zusammenarbeitet in der ersten Stufe und vielleicht immer mehr vom Roboter-System übernehmen wird. Somit kann sich auch die Gesellschaft anpassen. Also gerade in den USA, Sie sprachen davon, dass dort die Chancen vor allen Dingen gesehen werden, ist es ja ein Schlagwort der Reindustrialisierung, auch ausgelöst unter anderem durch die neuen Formen der Automatisierung. Das wird aber so schnell dann also nicht gehen. Das ist, wenn ich Sie richtig verstehe, dann doch eben ein Prozess, der über viele Jahre vonstatten gehen wird. Ja, auf jeden Fall. Wenn man wirklich die Vision hat, dass es Roboter-Systeme haben, die ganz komplexe Aufgaben erfüllen. Natürlich geht es auch da stufenweise. Und ich meine, heute ist auch in der Schweiz schon, glaube ich, Roboter-Systeme ermöglichen, dass man gewisse Sachen in der Schweiz produziert, die früher nicht möglich waren in der Schweiz mehr, weil die Arbeitslöhne zu hoch waren. Heute ist es natürlich so, in vielen Produktionen, wo die Automatisierung, Maschinen dominieren, ist wichtig, dass man sehr gute Leute hat, die diese Maschinen unterhalten. Eine Produktionsanlage, die nicht funktioniert, die ist ein riesen Kostenverlust. Und somit lohnt sich das dann zum Beispiel in der Schweiz zu tun, weil wir sehr gut ausgewählte Leute haben, die diese Maschinenpark unterhalten und die Produktion am Laufen bringen. Und das in anderen Ländern gar nicht möglich ist. Welche Fähigkeiten werden wir brauchen, um in dieser Roboter-Gesellschaft, dieser sich entwickelnden Roboter-Gesellschaft zu leben? Werden wir alles IT-Spezialisten werden müssen? Ja, ich meine, das ist sicher etwas, was wichtig ist. Ich glaube, dass vielleicht Einwandeln, der ist aus meiner Sicht fast ein wenig gefährlicher. Das hat nicht nur direkt mit Robotik zu tun, sondern eher mit künstlicher Intelligenz und Systemen, die eigentlich sehr schnell Daten analysieren können. Ich behaupte, dass vor 20 Jahren, wenn ich Geld hätte, um zu investieren, dann musste ich zu einem Banker gehen und der hat mir dann irgendwann einen Vorschlag gemacht, wie das zu tun ist. Heute kann ich das praktisch selbst machen. Und war eigentlich fast so gut wie die meisten Banker. Weil diese Daten... Da werden sich nicht alle Banker freuen, wenn sie das so sagen. Würden Ihnen wahrscheinlich auch widersprechen. Ja, aber heute hat man eigentlich sehr viele Daten vorverarbeitet. Ich kann sehr schnell auf Daten zugreifen. Google präpariert uns die Informationen. Das heisst, Leute, die schnell komplexe Situationen analysieren können, wenn sie genügend Daten haben, die sind Gewinner. Und diejenigen, die das nicht können, sind Verlierer in der Zukunft. Und da sehe ich gewisse Gefahren, dass für gewisse Leute, die das eben nicht können, analytisches Denken nicht ihre Stärke ist, die dann vielleicht nicht mehr so einfach in dieser Gesellschaft zurückzukommen. Eben, es gibt ja Experten, die sich mit dieser Zukunft beschäftigen, die sagen, unsere Gesellschaft, auch als Folge der Robotik, wird sich polarisieren. Es wird diejenigen haben, die über die Roboter verfügen, die diesen Wohlstandsgewinn für sich in Anspruch nehmen können. Und es wird diejenigen haben, die gewissermassen vom Karren fallen, wie wir sehen. Ja, meine, die Gefahren sehe ich. Die polarisieren. Die hat eben vielleicht nicht direkt nur mit Robotik zu tun, sondern auch mit den Systemen, die uns eigentlich Daten aufarbeiten. Computer sind natürlich wesentlich schneller, in Daten zu analysieren. Sie können uns ein sehr schnelles Bild bekommen, wie sieht die Situation aus, wie in der ganzen Welt, für Informationen suchen und so weiter. Und mindestens Vorschläge machen, was eigentlich die richtige Entscheidung ist. Ich glaube, die meisten komplexen Entscheidungen müssen nahe zur Zukunft immer noch die Menschen führen. Aber das sind dann nur die Menschen, die wirklich mit dem umgehen können. Und das haben wir heute, glaube ich, schon ein wenig. Es gibt Leute, die diese ganze Digitalisierung sehr gut nutzen können und eigentlich sehr profitieren. Und es gibt Leute, die eben mit dem nicht optimal umgehen können und die eigentlich in den letzten Jahren eher verloren haben. Das heisst also, Arbeitsprozesse, die nicht kreativ sind, die sich gut zerlegen lassen in Algorithmen und voraus berechnen lassen, all diese Arbeitsprozesse, da müssen diejenigen, die sie ausführen, tatsächlich Angst haben, dass sie eher schneller als langsamer ihren Arbeitsplatz verlieren. Ja, aber auch das wird nicht so schlagartig sein. Aber ich glaube, da gibt es sicher eine Änderung. Die ganze vorbereitende Arbeiten, um Statistiken aufzuarbeiten und so weiter, das können Computer heute schon besser in vielen Bereichen und machen das auch schon. Und da gibt es eine Änderung. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch wieder andere Chancen. Oder da, wo eben der Mensch im Pflegebereich zum Beispiel oder etwas Wichtiges ist, es gibt sehr viele Services, wo der Mensch gefragt ist und gesucht ist und wo es hoffentlich auch in Zukunft wieder neue Chancen gibt, dass die Menschen sogar mehr Freiheit haben wegen der Automatisierung und dann eben solche Services noch vermehrt brauchen. Nun, die Frage vor dem, oder die Angst vor dem Arbeitsplatzverlust ist etwas sehr Rationales, weil es ja durchaus sich in näherer Zukunft abspielen kann. Nun gibt es ja im Umgang mit Technik auch immer so irrationale Ängste, größere Ängste. Es gab schon vor über 20 Jahren den Film Blade Runner, in dem dann am Schluss die Maschinen sich selber selbstständig gemacht haben, die Computer auf die Menschen losgingen oder die Roboter auf die Menschen losgingen. Es sind also so ganz, würde ich mal sagen, urtümliche, fast atavistische Ängste, die sich damit verbinden. Können sie das verstehen oder finden sie, da muss die Gesellschaft einfach durch und sich sehr rational verhalten? Ich kann die Ängste verstehen, aber ich teile sie eigentlich nicht in diesem Stil. Und zwar ist natürlich die Frage, werden Roboter wirklich dann auch mal das Bedürfnis haben, mächtiger zu werden usw. und ich glaube nicht, dass das Roboter-System oder Computer von sich aus machen werden. Die können natürlich missbraucht werden von Programmieren, aber ich glaube, die wichtigen Elemente, auch der Machtmissbrauch usw. von Menschen, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir eben Lebewesen sind, die irgendwelche Entwicklungen haben, die irgendwelche, auch wirklich lebende Materie aufgebaut sind, wo wir ein Selbstbewusstsein haben. Und das werden Roboter eigentlich, die aus Totenmaterie heute mindestens noch sind, nie entwickeln. Ich glaube, da ist dann eher die Frage, wie stark wird die Biologie sich beeinflusst und kann dann entsprechend plötzlich auch einen Einfluss nehmen, dass Menschen anders werden, aber das ist eine andere Schiene. Solange wir von Roboten sprechen, die aus Chips und Mechanik bestehen, werden die nicht von sich aus irgendwelche Gelüste bekommen, dass sie jetzt die Weltherrschaft übernehmen werden, ausser der Programmierer programmiert das so. Dann ist der Mensch die Gefahr, aber das haben wir nun im Laufe der Geschichte gelernt. Der Mensch ist immer eine Gefahr. Also muss man ja dann doch die Möglichkeit im Auge behalten, dass diejenigen, die programmieren, eben auch Missbrauch betreiben. Gibt es ethische Grenzen der Automatisierung? Wir haben über die ethischen Grenzen der Gentechnik, die haben wir kurz gestreift. Gibt es auch in Ihrem Fall, in Ihrem Metier ethische Grenzen? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, dass man diese Grenzen immer wieder diskutiert und auch bespricht. Ich meine, ich glaube, es darf nicht an Maschinen überlassen werden, wie sie sich entscheiden, wenn es um Leben von Menschen geht. Ich meine, die Robotik ist natürlich auch ein Thema für die ganze Militärindustrie. Und in den USA war eigentlich etwa 50% der ganzen Forschung finanziert über das Militär in diesem Bereich. Was zum einen natürlich aus Sicht der Amerikaner ist, dass sie das Menschenleben retten möchten, dass sie ihre Soldaten nicht mehr hinschicken möchten. Auf der anderen Seite sind natürlich da plötzlich Systeme, die die Entscheidungen vielleicht treffen oder mindestens Teilentscheidungen, die sie nicht treffen sollten. Und ich glaube, da muss man sich ein Auge drauf werfen und das in der Breite öffentlich auch diskutieren. Es ist aber nicht möglich, dass man Technologieentwicklung stoppen kann. Es geht da wirklich darum, dass man diese ethisch-moralische Diskussion führt. In der Robotik gibt es schon Workshops spezifisch aus diesem Thema, wie man mit dem umgeht und wie man da auch die Gesellschaft mit einbezieht. Im Militärbereich stellt sich die Frage ganz unmittelbar, weil dort diese Systeme, zum Beispiel Drohnen, Entscheidungen über Leben und Tod treffen können, wenn sie vollautomatisch agieren. Im Moment werden sie ja noch gesteuert von einem Piloten tausende von Kilometern entfernt. Aber wenn sie mal ganz autonom agieren, dann treffen sie solche Entscheidungen. Glauben Sie, dass das im zivilen Bereich auch einmal solche existenziellen Formen annehmen wird? Oder ist das eine Diskussion, die aufs Militär beschränkt ist? Das ist eigentlich eine Sichtweise. Ich glaube schon, dass es vor allem im Militär beschränkt ist. Aber wenn wir zurückschauen auf das, was wir vorher besprochen haben, die Entscheidung, ob ein Fahrzeug jetzt auf dem Trott war, jemand anfahren will oder das Kind auf dem Fussgängerstreifen, dann kann man natürlich auch sagen, das ist auch eine gewisse ethische Entscheidung. Aber ich glaube, dass das sicher vor allem im Militärbereich ist, wo es dann um wirklich viel grössere Gefahren für grössere Teile von der Menschheit geht. Die ETH, wo Sie tätig sind, arbeitet ja auch sehr viel mit der Industrie zusammen. Heisst das jetzt, was Sie gesagt haben, beispielsweise im Militärbereich, würden Sie keine Zusammenarbeit dieser Art eingehen? Ja, ich meine, wir haben natürlich immer wieder Anfragen vom Militär. Ich meine, wir haben eine kleine Zusammenarbeit mit der Schweizer Armee oder mit der RUAG. Aber sonst haben wir uns eigentlich immer herausgehalten aus dem militärischen Bereich bewusst, weil wir da das Gefühl haben, dass das nicht der richtige Weg ist. Aber wir können natürlich nicht vermeiden, dass Technologien, die ja auch publiziert werden, natürlich anders genutzt werden. Das heisst, es wäre eine Illusion zu glauben, dass man jetzt einfach in dem, dass man sagt, man arbeitet nicht direkt mit dem Militär, da keine Technologie für diesen Bereich entsteht. Ich glaube, das ist eine Diskussion, die nicht nur die Robotik hat, sondern die ganze Entwicklung, Forschung, Entwicklung ist immer positiv nutzbar. In den meisten Fällen ist es zum Glück so. Und kann natürlich auch negativ genutzt werden. Diese Diskussion unter Wissenschaftlern, die Sie vorhin erwähnt haben, ich meine, die müsste ja nach aussen getragen werden von der Wissenschaft. Habe ich das nicht mitbekommen, dass diese Thematik nicht nach aussen getragen wird? Ja, meine, die jetzigen Diskussionen sind natürlich vielleicht schon nicht geschlossene Türen, aber es ist natürlich noch nicht so in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das wird hoffentlich vermehrt noch kommen, sobald eben auch die Technologien so weit sind, dass sie wirklich eine Gefahr auch darstellen können. Ich glaube, heute ist natürlich die Diskussion um militärische Einsätze auch schon sehr öffentlich geführt worden. In Deutschland gibt es ja eine Bewegung, dass man eigentlich den Hochschulen verbieten sollte, mit militärnahen Firmen zusammenzuarbeiten. Das wurde auch an der ETA diskutiert. Und das ist natürlich auch immer sehr schwierig. Wie kann man überhaupt definieren, was sind Firmen aus dem Rüstungsbereich? Weil es gibt sehr viele Firmen, die auch irgendwo Teillieferungen haben für militärische Bereiche. Ich glaube, das sind Diskussionen, die man kontinuierlich führen muss, aber die man nicht einfach schwarz-weiss führen kann. Und es gibt ja noch so etwas wie Forschungsfreiheit. Es ist ein verfassungsmässig geschütztes Gut. Also von daher ist man vielleicht auch gut beraten, dass man sich mit solchen Verboten und Einschränkungen eher zurückhält und auch ein wenig auf die Diskussionsfähigkeit und das ethische Vermögen der Forscher abstellt. Oder meinen Sie, braucht es wirklich solche ganz engen Korsette von Verboten und Geboten? Ich persönlich bin natürlich der Meinung, dass es nicht sehr viel bringt, diese engen Korsette. Weil das kann dann irgendwo lokal einen gewissen Einfluss haben, aber insgesamt wird die Technologie trotzdem weitergehen. Ich glaube, es ist wirklich viel besser an, die Forschenden auch zu appellieren, dass die Diskussion aktiv geführt wird und dass man auch den Kontakt mit der Gesellschaft sucht. Ich meine, ich selbst gebe relativ viele Vorträge, die eigentlich mehr für die bereite Gesellschaft sind und versuche da auch den Kontakt zu suchen und auch Feedback von Ängsten und Meinungen von der Gesellschaft zu finden. Kommen wir noch etwas kurz auf die ETH und auf Ihr Institut zu sprechen. So etwas, wie Sie jetzt machen in Ihrem Institut, Laboratorium für autonome Systeme. Wie wichtig ist das quasi für den Forschungsplatz Schweiz und für den Standort Schweiz? Ich meine, das ist natürlich eine persönliche Sicht, aber ich bin eigentlich sehr überzeugt, dass es für die Schweiz sehr wichtig ist und dass wir da eine Riesenchance haben. Inwiefern? Roboter-Systeme sind Systeme, wo präzisionsmechanisch typischerweise zusammenkommt mit Intelligenz von Systemen. Und da ist die Schweiz eigentlich sehr gut aufgestellt. Mit all unserer Erfahrungen in der Maschinenindustrie, Uhrenindustrie, haben wir eigentlich all diese Bereiche von wirklich sehr guten Mechanikern bis zu guten Informatikern. Ich glaube, das ist eine enorme Chance für die Schweiz. Es gibt auch sogar eine große Fähre aus dem Silicon Valley, die behauptet, die Schweiz sollte und ist vielleicht schon das Silicon Valley der Robotik. Und ich glaube, da haben wir etwas zu bieten und das gibt sicher Chancen für die Zukunft, dass wir uns auch wirtschaftlich entwickeln können und das vielleicht eben wieder gut machen können, was wir an Arbeitsplätzen in anderen Bereichen verlieren. Und ich glaube, heute sind wir an ETA Zürich, aber auch EPFL und Platz Schweiz sehr gut aufgestellt. Ich würde behaupten, dass wir die höchste Dichte von jungen Start-ups in diesem Bereich haben, von der ganzen Welt. Und Hochschulen, die wirklich an der Front arbeiten, das zeigt sich auch immer wieder, dass die ganz Grossen da an der ETA vorbeischauen und uns sehr gute Leute abwirben, wie Apple, Google und so weiter, die haben erkannt, dass da Technologien da sind, die Potenzial haben. Und jetzt geht es darum, dass wir Schweiz selbst auch diese Chancen nutzen. Sie sagen das so ruhig. Die Schweiz ist das Silicon Valley der Robotik. Wenn man das aber sich durchdenkt und an das andere Silicon Valley denkt und sich überlegt, was alles dort entstanden ist aus Big Data und was für Firmen da entstanden sind, Weltkonzerne wie Google und Facebook, dann heisst das, oder heisst das auch, dass hier für die Schweiz ganz enorme Arbeitsplatzchancen und Industrialisierungschancen drin liegen, in dem Umstand, dass wir jetzt auch Silicon Valley sind? Ja, ich hoffe es zumindest. Und das ist wirklich auch ein Bereich, wo ich intensiv daran arbeite, dass wir auch unsere Technologien wirklich auch in den Markt bringen. Das werden wahrscheinlich nicht Firmen wie Google oder Apple sein. Ich glaube, das sind auch Firmen, Konstrukte, Grössen, die gar nicht passen zur Schweiz. Aber ich hoffe, dass es viele mittelständische Firmen, die in gewissen Bereichen dann wirklich Weltmarktführer sind und Technologien anbieten, die wirklich weltweit genutzt werden und somit Arbeitsplätze generieren. Es gibt auch schon sehr viele schöne Beispiele, wo es Firmen gibt, die 30, 40, 60 Leute haben. In Lausanne gibt es eine Firma, die heisst Sensefly, die machen so kleine Drohnen, Flächenflugzeugdrohnen, die zur Inspektion von landwirtschaftlichen Feldern usw. genutzt werden, die sehr schön gewachsen ist und jetzt da etwa 60 Arbeitsplätze schon hat und weiter wächst. Sie haben vorhin noch Amerika erwähnt, die Risikofreude der Amerikaner und unsere Ängste. Sind wir Schweizer zu ängstlich? Sind wir so etwas wie Risiko- und Innovationsavers und wünschen Sie sich da eine andere Mentalität in diesem Bereich? Ich glaube, das hat sich sehr verbessert in den letzten Jahren. Auch wenn man schaut, in Hochschulen gibt es immer mehr junge Leute, die Unternehmer werden möchten, die wirklich das Risiko packen und sagen, ich möchte etwas umsetzen. Ich habe jetzt sehr viel gelernt in der Forschung und da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt schon mit der Anzahl Start-up-Firmen usw. Was vielleicht noch ein wenig fehlt, ist das Risikokapital. Ich bin auch der Meinung, wir müssen nicht wie Amerika werden. Ich glaube, es macht gut, so ein wenig vorsichtig, aber ein wenig mehr Risiko. Ich glaube, es wäre sicher sehr schön, wenn wir mehr Investmentfonds hätten, die eben dieses Wachstum finanzieren können. Die Mittel in der Schweiz wären vorhanden. Es gibt genügend Privatpersonen, die das machen könnten, die zum Teil heute in Risikofonds in den USA investieren. Aber auch da bin ich der Meinung, dass wir in naher Zukunft da einen Schritt nach dem anderen auf den richtigen Weg kommen und dann eben diese Firmen in der Schweiz skalieren und nicht plötzlich in die USA verlieren. Und was die gesellschaftliche Debatte anlangt, Sie sagten vorhin, die Amerikaner sehen immer die Chancen, das heisst, die Schweizer oder die Europäer sehen immer die Risiken. Ist auch der gesellschaftliche Diskurs in der Schweiz so, dass Sie sagen, ja, wir sind ein guter Standort für diese Technologien? Ich glaube, wir sind ein guter Standort. Und ich sehe die Schweiz schon ein wenig weniger negativ und mehr risikofreudig, auch unternehmerisch, als die meisten Länder in Europa. Ich glaube, wir haben natürlich auch die Chance, dass wir über verschiedene Wege, vor allem auch über die technischen Hochschulen, sehr gute Leute vom Ausland anziehen. Das ist enorm wichtig und das ist vielleicht auch das grösste Risiko, wenn wir die Chance nicht mehr haben. Wir sind das Land, das am meisten kluge Köpfe reinholen kann, diese Brain Gain. Und das ist enorm wichtig in diesen Bereichen. Diese Technologien sind am Schluss Köpfe, die das vorantreiben. Und von denen gibt es nicht beliebig viele. Im Moment ist es so, dass eben die Grossen wie Google und Apple die in der Schweiz holen. Zum Teil entstehen Sachen in der Schweiz, was sehr schön ist. Zum Teil werden natürlich die Leute dann auch umgezogen nach Kalifornien, und da die Chance geht es zu nutzen, dass wir selbst die Mittel haben, auch in der Schweiz Chancen zu ermöglichen, dass die Leute in der Schweiz bleiben und ihre Visionen umsetzen. Was fehlt denn eigentlich noch? Was fehlt uns noch? Ich glaube, es ist das Risikokapital für langfristige Investitionen. Ich glaube, das fehlt uns noch ein wenig. Und das ist aber auch, ich bin da selbst auch involviert in verschiedenen Diskussionen, bin auch zuversichtlich, ich hoffe, das kommt relativ bald, weil die Robotik ist jetzt wirklich in einem Moment, wo sehr vieles passiert und wo wir die Chancen nicht verpassen sollten. Und wenn wir das noch haben, glaube ich, sind wir sehr gut aufgestellt. Es ist schön, eine Sendung auch einmal mit einem zuversichtlichen Ton schliessen zu können. Herr Professor Siegward, recht herzlichen Dank für dieses Gespräch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Stammpunk der Zwei-Journalisten ein Gast. Diese Sendung können Sie wie immer auch im Internet sehen, und zwar auf www.nzz.ch. Wir hoffen, Sie seien auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir, auf Wiedersehen. Es ist noch, vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020